Nicht jetzt! Klasse! Fledermanns wieder! Oh! Oh! Den kann ich nicht machen! Ich hau ihn um! Nein! Ich will auch ein bisschen hin! Der ist wieder weg! Der ist wieder weg! Wir wollen doch hin! Ich hab' ne Faktor! Oh, Zinge! Schade. Ich wollte dir nur ein paar mit den Schoggern verfassen. Du kannst mich wieder einburten, aber ich komm wieder frei! Darauf würde ich nicht retten. Würde ich ohnehin. Gordon, ich hab hier ein Paket, das Sie abholen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin nicht schmettlich. Ich hab... Scheiße. Komm schon! Komm schon! Oh, oh, oh. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Würde ich auch sagen. Ich muss dir eine neue Identität zulegen, wenn du nicht wieder in den Knast wandern willst. Ja, ich lass mir die Haare schneiden oder so. Das sollte reichen. Nee, viele der Jungs sind Informanten. Musst dich ja nur einer verpfeifen. Was dann? Gesichts-OP? Komm schon. Da werd ich sehen. Du auch noch! Bring die Knastche endlich da rüber! Lass mich den Arsch um! Was haben wir denn? Geh da, Maus! Stimmt das, was man sich erzählt? Hast du Bane getötet? Nein, er sitzt im Knast. Das wirst du auch bald. Gordon, schicken Sie Ihre nächste verfügbare Einheit zu meiner Position. Ach, Mensch, schon wieder auf der Pause. Wir kommen. So. So. Oh, dann ist ja arschkalt hier draußen. Hätte vielleicht auch in Blackgate bleiben sollen. Du machst Witze, oder? Schau mal, hier draußen habe ich keinen Job, kein Haus, keine Kleidung, kein Geld in der Tasche. Aber du hast eine Freiheit. Weiß nicht viel, wenn es alles ist, was ich habe. Oh, shit! Oh, shit! Das nutzt euch der Schild sowieso nicht mehr. Der Joker! Bane! Der Matt Hatter! Black Mask! Im Blackgate ist kein Platz mehr für uns Normale! Keine Sorge. Die finden sicher noch ein Plätzchen. Gordon, schicken Sie eine Einheit zum Abholen an meine Position. Nein. Drei noch, glaube ich? Ach, ja, stimmt. Okay. Ähm. Das wird nicht lange halten, was? Wenn die Cops mich nicht kriegen, kriegt mich der Batman. So läuft das normalerweise. Und meine Strafe verlängern werden sie auch noch. Dabei hatte ich nur noch ein paar Monate übrig. Ich hätte da bleiben sollen. Jais. Wer ist das? Schnappt ihn euch! Au! Nein, ihr werdet mir lieben! Ja, hier! Wie macht ihr das nur? Rettet mich dran! Gerade deine Rutschner! Los geht's, sie haben... Das wird uns... Ja, gute Nacht, Freunde. Du kommst hier nicht durch. Würdest du mal auf den Kutterbefehl reagieren, du harsch? Was für dein Spaß. Ey, ich glaub das nicht, oder? Verdammt! Was ist mit dir nicht okay, Alter? Ich bin gericht, so ein Klass zu reagieren, Mann! Immer über hohe Gewalt, mein Freund. Ey, ich glaub das einfach nicht, oder? Das ist doch nicht feierlich, Mensch! Der hat nicht einen Kutterbefehl befolgt. Ey, ich könnte ausrasten, Alter. Ehrlich mal jetzt. Wenn ich jetzt wieder hier zwei habe, in diesem Scheißbereich, dann ist was los hier. Das ist auch mal klar, oder? Das kann nicht sein. Ja, könnte ich sowas von ausflippen. Ich drück's nicht mal auf Konter und nicht einmal reagiert er da drauf. Die Klub ja wohl Spinnen, oder was? Das kann ja wohl nicht feierlich, äh, normal sein, oder? Alter, je, auf diese Scheiß, da wohl hat auch das da. Ja, ey, mach dich da hoch. Was ist das? Wie macht ihr das nur? Gibt's Ärger? Kommt schon! Nimm den Rast! Woher weinachtest du für mich? Wer? Mann! Reagier auf den abgefuckten Konter-Welten-Jürr! Verdammte Hacke, ey! Ey, Alter, mach du mal! Ich hau hier die Fresse ein, du Arsch! Ich drück jetzt das doch nicht! Ich drück's nicht mal auf diese abgefuckte Taste und nichts passiert! Das kann doch wohl nicht sein! Komm her, du Sackgesicht! Ey, ist's doch nicht normal mit den Typen hier! Ehrlich mal jetzt! Kann nicht sein, oder? Es kann echt nicht sein! Feierlich ist es jedenfalls nicht mehr gewesen! Ich bin frei, Mann! Ist ja wie Weihnachten! Hm, äh, ist ja auch Weihnachten! Jetzt gerade! Was auch immer! So oder so, ich bin draußen! Also, was können wir machen? Mit der Arbeit sieht's schlicht aus! Batman hat alles weggefegt! Irgendwer muss etwas gegen diesen Typen unternehmen! Joker hat's versucht! Und sieh dir an, wie das gelaufen ist! Und sieh dir an, wie das gelaufen ist! Und sieh dir an, wie das gelaufen ist! Jetzt hab ich euch einen Schmerzer Feuer, Mensch! Mach die Zeckerle! Ich glaube, ein Spinner oder was? Ich glaube, ein Spinner, ein Spinner, ein Spinner.